Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, kaum ein anderes Thema hat die Menschen, die politischen Parteien in den letzten Wochen und Monaten so sehr beschäftigt wie die Frage des Familiennachzugs zum subsidiär Schutzberechtigten. Und dass das so ist, das liegt daran, dass wir als nationaler Gesetzgeber in dieser Frage einen eigenen Ausgestaltungsspielraum haben. Anders als beim Familiennachzug zum anerkannten Flüchtling im engeren Sinne müssen wir uns hier in der Sache damit befassen und können eine Regelung auf den Weg bringen, bei der wir natürlich den Artikel 6 des Grundgesetzes berücksichtigen müssen, bei der wir aber auch berücksichtigen müssen, was die zuständigen Kreise, was diejenigen, die sich tagtäglich in der Flüchtlingspolitik und in der Flüchtlingshilfe engagieren, dazu sagen. Und nach Einschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes fehlt es auch weiterhin an ausreichend Kinderbetreuungs- und Schulplätzen. Nach der Einschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes fehlt es an ausreichend Wohnraum für Geflüchtete. Und neben der Personengruppe, um die es heute gehen soll, nehmen die Kommunen ja auch die Flüchtlinge im engeren Sinne und deren Familienangehörige auf. Und aus diesen Gründen ist die FDP-Fraktion dafür, die Übergangsregelung zur Aussetzung des Familiennachzugs zum subsidiär Schutzberechtigten zu verlängern. Allerdings, meine Damen und Herren, mit zwei Änderungen. Mit zwei Änderungen, die folgendermaßen aussehen. Erstens gibt es Härtefälle, in denen aufgrund der besonderen Situation der Familie oder desjenigen, der nachziehen soll oder der Situation im Heimatland, ein Nachzug möglich sein soll. Und meine Damen und Herren von der CDU, CSU und der SPD, es ist überhaupt nicht einzusehen, warum diese Zahl der Härtefälle auf 1 000 willkürlich beschränkt sein soll. Und zweitens sind wir für eine Veränderung dieser Übergangsregelung, weil es Menschen gibt, die, obwohl sie nur vorübergehend hier einen Schutzstatus genießen, nämlich denjenigen des subsidiären Schutzes, sich trotzdem integrieren, eine Arbeit ergreifen, für ihre Familie, für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Und meine Damen und Herren von der AfD, warum sollen denn diese Menschen nicht auch ihre Familien nach Deutschland nachziehen lassen? Das ist schlichtweg nicht einzusehen. Und aus diesen Gründen hat die FDP-Fraktion einen eigenen Antrag zu diesem Thema eingebracht. Wir werden der Überweisung des Antrags der AfD in den Innenausschuss zustimmen. Er ist aber in der Sache abzulehnen, weil er eine solche Härtefallregelung nicht umfasst und weil er hier davon ausgeht, und ich zitiere, es handele sich beim Syrien-Konflikt um einen allmählich abflauenden Krieg und eine Befriedung gar, angesichts der Ereignisse in Syrien. Erst gestern, erst in dieser Woche haben die Intensivierung der Kampfhandlung in bestimmten Gebieten gesprochen. 200.000 Vertreibungen, am 7. Januar 23 Tote in Idlib. Dass Sie von hier einer Befriedung sprechen, ist doch der blanke Hohn. Und deswegen ist dieser Antrag in der Sache abzulehnen. Die subsidiäre Schutzberechtigung ist in der Regel verliehen auf ein Jahr, kann dann verlängert werden auf zwei Jahre. Der Syrien-Konflikt dauert aber an seit 2011. Und deswegen gibt es Menschen, die dauerhaft länger als zwei Jahre, länger als drei Jahre von ihren Familien getrennt sind. Wenn man hier das Kindeswohl besonders berücksichtigt, dann muss in solchen Fällen auch der Familiennachzug möglich sein. Und ein Härtefall, der kann eben auch möglich sein, meine Damen und Herren, wenn Menschen, die nachzuziehen sind, bei einem Aufenthalt in Deutschland selber Anspruch auf subsidiären Schutz hätten. Es ist doch sinnlos für diese Menschen, den Familiennachzug nicht zu eröffnen. Und auch hier bedarf es einer Härtefallregelung. Meine Damen und Herren, wir sind dafür, dass es eine weitere Übergangsregelung gibt, weil zwei Jahre eben auch genug sein müssen, um endlich ein kohärentes Flüchtlings- und Einwanderungsrecht in Deutschland zu schaffen, mit einem Punktesystem für das Einwanderungssystem, aber auch mit neuen Regelungen für Bürgerkriegsflüchtlinge. Und dann kann, meine Damen und Herren, auch jemand hierbleiben, der im Falle eines Einwanderungsgesetzes zwar als Flüchtling gekommen ist, aber die Kriterien eines Einwanderungsgesetzes erfüllen würde. Auch diese Menschen haben eine Möglichkeit, müssen eine Möglichkeit haben, hier zu bleiben. Ihre pauschale Lösung, meine Damen und Herren von der AfD, trifft nicht die Komplexität der Einzelfälle. Und deswegen ist dieser Antrag zu überweisen, aber dann final abzulehnen, weil Ihre Ressentiments leider die Komplexität vernebeln, die Sie eigentlich brauchen, um hier die Einzelfälle zu bewerten. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Ula Jelbke für die Fraktion Die Linke.